Meine erste Erinnerung reicht zurück bis zu meinem siebten Lebensmonat. Als eines Morgens in unserer Villa ein Brocken grüner Gipsverzierung, der sich durch ein Erdbeben von der Decke gewillt hatte, in meine Wiege stürzte. Er war eine Erdbeben von der Decke, der Siebten, der Siebten, der Siebten, der Siebten, der Siebten, der Siebte, der Siebten, der Siebten, der Siebten, sich verletzt hat. Untertitelung des ZDF, 2020